Hallo, 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 liebe Freunde und willkommen zurück zu Commander Keen 4. Ich habe ein bisschen nachgedacht und ich glaube, ich werde einfach wirklich hier erstmal die Eiswüste zu Ende machen, bevor ich mich an die Pyramiden ranmache und an die, an die gefürchteten Unterwasser-Level. Ich bin immer noch skeptisch, ob ich dieses Spiel überhaupt durchspielen kann. Aber ich drücke, ich drücke mir selbst die Daumen. Oh. Oh, die Musik hier klingt ein bisschen gefährlicher. Okay, dann hole ich mir hier oben noch die. Ich glaube, da sind noch welche. Da ist eine Tür. Was gibt es hier? Ah. Puh. Das war knapp. Eins, zwei, drei. Hüps. 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 Ah. Hüps. Wieso hüpfst du nicht? Okay. Speichern. Ich weiß, ich speichere viel zu oft. Ich könnte ja auch mal was riskieren und alle mein Leben verlieren, aber nee. Ich will immerhin mal sagen können, ich habe Commander Keen 4 durchgespielt. Okay, da unten sind überall Schnecken drin. Oh, nicht die gute Art von Schnecken. Oh, nicht die gute Art von Schnecken. springen. Oder? 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 Nee, komm, ich gehe weiter nach rechts. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Irgendwas schön den Boden im Auge behalten. Hier gibt es nämlich ganz böse Steinchen. Oh, und den da. Ah, und Eier. Die darf ich nicht treffen, sonst brühten wieder diese Kackvögel aus. Speichern. Ihr wisst, was ich meine, diese blauen Adler. Komm schon. Ja, jetzt. Okay. Ah. Echt, da oben ist schon das Ende vom Level? Das glaube ich fast nicht. Muss doch irgendwas sein. Okay. Okay. Muss ich mir merken, dass es da weiter geht. Eins, zwei, drei. So. Okay. Also hier rein. Speichern. Gibt es hier nur, äh, gibt es hier irgendwas Wichtiges zu finden? Muss ich jemanden befreien? Was ist da unten? Nix. Nix. Warum feuerst du nicht? Oh. Ich habe ein Leben entdeckt gefunden. Das ist gut. Das ist gut. Dann speicher ich mal. Habe ich keine Munition mehr? Warum feuer ich nicht? Ich gucke mal kurz in die Einstellung, warum der gerade nicht feuert. Okay, jetzt sollte er wieder feuern. Dann spielen wir mal weiter. Ah, gut. Das war knapp. Ja, jetzt feuert er wieder. Hatte ich gespeichert? Hatte ich gespeichert? Nee, oder? Doch, ich habe gespeichert. Gut. So war das nicht gedacht. Okay, nochmal. Ah, da war Säure. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ich bleibe optimistisch. Wir schaffen das schon. Okay. So, kurz warten, bis sich alles auflöst. Und rüber springen. Okay, was haben wir hier? Nochmal speichern. Und weiter geht's. Okay. Da haben wir jetzt alles geholt. Dann kann ich... Hä? Wieso konnte ich da... Habt ihr es gesehen? Wieso konnte ich da unten springen? Nochmal. Okay. Oh, nö. 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 Okay, nochmal. Nochmal. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay. Jetzt hab ich wenigstens Muni. Da wollte ich nicht rein. Ich wollte hier... Ja, gut. Jetzt hier rein. Gut, jetzt hab ich da alle Dings bekommen. Eins, zwei, drei. Okay. Ah, Mist. Nee, nee. Okay, okay. Okay, nochmal. Zehn Leben. Dann speicher ich mal. Das ist echt nicht schlecht. Und weiter geht's. Bisschen nach rechts. Ja, gut, gut. Eins, zwei, drei. Hoch. Springen. 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 Runter gucken. Okay. Okay. Da hoch. Und da hoch. Und jetzt hier hoch. Oh, nö. Da wollte ich nicht lang. Da wollte ich nicht lang. Oh, ho, ho. Okay, das war jetzt wieder nix. Ah, Mist. Ah. Okay. Komm schon. Komm schon. Nee. Kacke. Und da rein. So, jetzt sind wir da durch. Jetzt speichere ich nochmal, damit ich das Ganze nicht nochmal machen muss, wenn ich wieder verkacke. Und ein Leben verliere. Was? Jetzt, das war jetzt mein Fehler. Jetzt habe ich irgendwie mich innen drin verzählt. So langsam werde ich unruhig. Dann speichere ich hier mal. Dann speichere ich hier mal. Und da oben ist das Ende des... Wo kommt der denn her? Ah, falsch tachst. Das wollte ich nicht. Und das wollte ich auch nicht. Okay. Was soll denn der... Okay, den muss ich scheinbar echt ab... Den muss ich abknallen. Sobald ich da oben bin, muss ich den abknallen. Und jetzt muss ich gucken, bis der kommt. Und jetzt muss ich gucken, bis der kommt. Boah, ich bekomme Kopfschmerzen von dem Spiel. Vielleicht muss ich doch da oben lang, wenn ich den ausschalten will. Mal gucken. Böser Vogel. Okay. Aber hier gibt es irgendwie keinen weiteren. Doch, da... Ach, okay. Ich speichere nochmal. Und dann... Gucken wir mal ab hier in der selben Distanz. Auch wieder einer ist, den wir... Ja. Mist daneben. Aber ich weiß jetzt, dass da einer ist. Okay. Ah, falsche Taste. Ah! Ah! Commander, jetzt mach, was ich will. Der Adel ist halt auch richtig, richtig kacke platziert. Komm schon, das... Das muss doch zu schaffen sein. Ah, ich wollte nur einen winzigen Sprit vorgehen und nicht springen. Ach ja. Oh, ey. Und jetzt hab ich... Okay, dann nicht. Ah, jetzt hab ich ihn gehabt. Okay. Okay. Ja, ich hab's selbst gesehen. Ich hab's selbst gesehen. Ich sag jetzt mal nix. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Noch ein Leben. Ich speichere mal. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass... Das war jetzt... Das war jetzt keine Absicht. Aber es war gut. Es war gut. Ich hab keine Ahnung, wo ich grad bin. Okay, ich muss sie glaub ich mehr ballern. Okay. Ich muss sie glaub ich mehr ballern. Und jetzt hab ich als Kind gespielt. Müsst ihr euch mal geben. Als Kind. Da war ich da war ich noch sechs oder so und hab das gespielt. Das war jetzt mein eigener Fehler. Jetzt hätt ich warten müssen. Jetzt hätt ich warten müssen. Also hier rüber. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab' jetzt nicht alle Punkte eingesammelt, aber egal. Was ist da unten? Okay, da geht's da lang. Okay, dann bin ich wieder hier am Anfang. Nach unten gucken. Speichern. Diese Vögel, diese Kackvögel. Und das Spiel glitscht ab und zu. Merkt ihr's? Seht ihr's? Ah, okay. Jetzt kann ich's vergessen. Ich will doch nur das Level beenden, Leute. Okay, Leute, wir schaffen das, wir schaffen das. Jetzt. Ich beende die Folge nicht, bevor ich's geschafft hab. Ich beende die Folge nicht, bevor ich's geschafft hab. Okay. Ich spiele momentan aber auch nur frustrierende Spiele. Toomb Raider, Commander Keen. Ah, das war ideal. Ah, Mann, du sollst da hoch springen. Okay. Wie komm ich denn da? Ich speichere mal. Vielleicht. Ich muss ja nur da hoch springen. Ich muss ja nur da hoch springen, dann ist das Level vorbei. Komm. Ach, Commander. Nee, nicht da. Das da. Ja. Wir haben's geschafft, wir haben's geschafft. Okay, ein Eislevel haben wir noch. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann.